Bind Boss geht ab, verkottes Battle zu mir Klar, doch scheitert's dann am Recherchieren Denn Hashtag hey hab ich beim illustrated gesperrt Und wollt eigentlich grad ne Runde Netflix sehn Also hopf ich hier mal ab Objektive Meinungen statt Freundschaft und Subjektive Entscheidungen doch hat wer hier, mach Cash investiert, komm ich mit ner Axt, was wenn ich nur Punkte verliert? Ja! Aggressiv und asozial schließlich sind die hier mit Autotune fast im Style, Mixer macht da wie ein Schlaganfall und nur voll zu ertragen wie am Karneval. Selfig ist ein Front mit Opa oder Pflegefall, denn Opa schlinde das Gegenüber, noch in Windel scheiß raus, gebrannte Melternkonto wie bei später Feuer, wer im Homeschooling nichts über Steuern lernt. Wir wollen hier nicht gewinn, wir wollen nur triggern, ihr Mittelfinger an jeden Wichser auf Twitter. Twitter ist die Zukunft wie in 1000 Jahren, gibt's keine Männer und Frauen, nein das sind alles Wichser. Wir wollen hier nicht gewinn, wir wollen nur triggern, ihr Mittelfinger an jeden Wichser auf Twitter. Twitter ist die Zukunft wie in 1000 Jahren, gibt's keine Männer und Frauen, nein das sind alles Wichser. Früher war nicht alles besser im Battle-Rap-Show, die Macht auf Twitter-Politik, ich komm mit Telegram um euch zu bedrohen, wir haben nichts gegen Schwule, was willst du erzählen? Nein wir sind nicht edgy, ihr seid verklemmter als CSU-Wähler. Als erstes lernt man sein Geschlecht an Sexualität und die Leute sagen ganz genau, was du erwähnen darfst. Das ist eine Transe-Fickler-Gnerty in den Arsch, aber das ist nicht gemein, nein das wurde jetzt öffentlich gemacht. Battle-Rap-Verweisticht wie die Männer, heutzutage kommt vom Außen und vom Zaun für eine Boyband. Infrage ihr Heuchler, kritisiert die Leute, die euch groß gemacht haben, verachtet Rapper, die Vorbilder eurer Vorbilder waren. Man kommt zurück, aber passt nicht mehr zu euren Fingernägel, Favre perfekt, wenn er nicht durch Crack-Konsum verhindert wäre. Fuck ich mein behindert wäre, den King brauch ich nicht erwähnen, ein King-Finale würdet eh nicht erleben. Wir wollen hier nicht gewinnen, wir wollen nur triggern, ihr Mittelfinger an jeden Wichser auf Twitter. Twitter ist die Zukunft wie in 1000 Jahren, gibt's keine Männer und Frauen, nein das sind alles Wichser. Wir wollen hier nicht gewinnen, wir wollen nur triggern, ihr Mittelfinger an jeden Wichser auf Twitter. Twitter ist die Zukunft wie in 1000 Jahren, gibt's keine Männer und Frauen, nein das sind alles Wichser. Untertitelung des ZDF, 2020